Willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, Sven. Dankeschön, dass wir uns heute einschalten. Und wir haben heute wieder ein wenig was anzugucken. Und zwar habe ich ja mal vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten schon ein Video gemacht, wo ich alle F5 und F4 Tornados in Deutschland jemals aufgezählt habe. Und das gleiche werden wir heute auch nochmal machen. Allerdings habe ich euch unter dem letzten Video gefragt, was ich dazu gemacht habe, ob ihr das Ganze auch mit F3 Tornados haben wollt. Und deshalb machen wir das Ganze heute mit F3 Tornados. Das bedeutet, wir werden uns heute alle F3 Tornados jemals in Deutschland anschauen. Bevor ich jetzt dazu komme, was ist erstmal dieses F? F steht für Fujita. Ted Fujita war damals ein sehr bekannter Mann, sag ich mal, der immer solche Tornados analysiert hat und so weiter. Und halt ein großer Sprung in diesem ganzen Tornado-Thema war. Und demnach wurde auch eine Skala errichtet, die nach ihm benannt wurde. Von daher auch Fujita-Skala. Und jetzt nochmal vorab, es kann sein, dass das Video ein bisschen länger geht, als es vielleicht normalerweise. Bedeutet, ihr könnt euch das Video einfach gerne nebenbei beim Essen angucken oder irgendwie beim Spiel angucken und so weiter. Ich würde sagen, wir schlagen gar nicht lange, wir legen direkt einfach mal los. Und wir machen das wie beim letzten Mal auch, dass wir jetzt einfach mal hier schauen bei der Seite Tornado Archiv. Die ist tatsächlich recht gut. Ich kann euch nur empfehlen, da auch mal vorbeizugucken. Da könnt ihr euch auch mal angucken, was hier so generell auf der Welt los ist. Also es gibt hier nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja auch zum Beispiel alle Tornados aus den USA und so weiter. Also da ist schon einiges los. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann guckt auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei. Ich werde euch die natürlich in der Beschreibung verlinken. Aber für heute bleiben wir erstmal in Deutschland hier. Und wir werden jetzt einmal hier unten kurz F5 rausmachen. Dann natürlich auch noch F2, F1, F0 und F Unrated. Dann haben wir jetzt nämlich alle, ja, drei F3-Tornados hier in Deutschland. Da können wir einfach mal kurz hier durchspringen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal im Süden an und arbeiten uns dann immer weiter nach vorne. Da starten wir direkt einfach mal mit dem ersten Tornado, mit dem ersten F3-Tornado hier in Deutschland. Und zwar ist dieser Tornado entstanden ungefähr hier in der Nähe von Feldberg-Kohlplatz. Und ist dann einmal gezogen über Neuglashütten und war auch ziemlich lang anhalten. Also ziemlich langspuriger Tornado. Und hat sich dann irgendwo hier in dem Bereich bei Buchhof aufgelöst, langsam. Und wir können jetzt auch zum Beispiel hier mal raufdrücken und dann sehen wir auch einige Infos dazu. Also hier steht nochmal das Rating. F3, logischerweise ist ja auch klar. Hat oder ist stattgefunden am 13. Mai 2015. Das sieht man auch hier nochmal recht gut oben drüber. Da habt ihr auch das Datum nochmal. Das war die Startzeit. Also da ist da ungefähr gestartet, der Tornado. Hier steht ja nochmal die Location. Die Länge des Tornados war 16 Kilometer. Also es waren ungefähr 16 Kilometer, wie lang der Tornado, ja, anhaltend war, sag ich mal. Und gezogen ist, auf dem Boden war. Und an der längsten oder an der breitesten Stelle war der Tornado 400 Meter breit. Zumindest war das die Schleise ungefähr. Also die Schleise war ungefähr an einer Stelle 400 Meter breit und 16 Kilometer lang insgesamt. Also lang sind schon mal 16 Kilometer, ist nicht wenig, ne. Und für 400 Meter sind auch knapp, naja, ein halber Kilometer. Das ist auch nicht gerade wenig, ne. Man kann jetzt zum Beispiel auch noch hier auf die Seite gehen und da können wir auch nochmal hier ein bisschen genauer reingucken. Denn hier hast du auch nochmal ein paar Bilder dazu. Zum Beispiel sind hier einige Bäume umgefallen oder wurden beschädigt. Dann hatten wir hier auch mal ein, ja, eine Meldung von einem Haus, dass da ein Haus massiv beschädigt wurde. Ein im Bau befindliches Haus wurde massiv beschädigt hier. In dem Bereich bei Bonndorf im Schwarzwald ungefähr. Hier haben wir ein Dixi-Klo, was über 100 Kilometer verfrachtet wurde. Ist schon nicht gerade wenig, ne. Also Schäden an der Straße. Muss ein Tornado auch erstmal hinbekommen. Haben wir hier auch nochmal ein Bild oder eine Meldung nochmal aus, wo ist das hier ungefähr, aus Dorfbach. Da hatten wir anscheinend Dächer, die teilweise abgedeckt wurden. Dann haben wir hier auch nochmal ein Dach, was teilweise abgedeckt wurde. Hier ist sogar noch ein Bild davon, aber das zeige ich jetzt mal lieber nicht hier. Wegen Copyright-Gründen und so weiter. Und dann ging der Tornado hier noch weiter. Aber ich gehe jetzt da auch nicht allzu viel tief ins Detail. Auf jeden Fall ging der Tornado hier noch weiter. Hier haben wir auch nochmal ein paar Meldungen. Umgeknickte Verkehrsschilder zum Beispiel. Dann haben wir hier nochmal ein Bild totaler Schaden an Bauernhof und einer Hütte. Also auch da nicht gerade wenig was los. Wie gesagt, ich werde euch aber die Seite auch nochmal, also die Tornado-Auchiv-Seite in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch die einzelnen Tornados da auch nochmal ein bisschen genauer im Detail anschauen. So, wir gehen einfach mal weiter zum nächsten. Und dann gehen wir einfach mal zu dem Tornado hier. Der hat hier angefangen bei Grafenhausen. Nee, Grafenhausen ist dann einmal hier langgezogen Richtung Lindach ungefähr. Also auch ziemlich langspuriger Tornado. Nicht ganz so langspurig wie der Tornado hier unten, den wir ja hatten. Aber trotzdem auch nicht gerade klein. Und der hat stattgefunden am 9. September 1924. Die Länge der Schneise hat 26 Kilometer betragen. Und wir haben hier zwei, ja Todesfälle sogar tatsächlich von dem Tornado gehabt. Und fünf Verletzte. Zumindest was jetzt gerade bekannt ist. Also das ist schon weich hinher hier. Aber, ja, man kann auf jeden Fall schon mal denken, dass da auf jeden Fall wahrscheinlich auch einiges los war. Im Sinne von, dass da auch Leute natürlich leider ums Leben gekommen sind. Was natürlich aber auch nicht schön ist. Aber in Tornados passiert das halt einfach. Und das ist natürlich nicht toll. Aber man kann es halt manchmal auch einfach nicht wirklich verhindern. So, wir gehen mal weiter zum nächsten Tornado. Und zwar bleiben wir einfach mal jetzt hier in Baden-Württemberg. Denn hier haben wir auch einen weiteren Tornado in Horb am Neckar ungefähr. Hier hat man jetzt leider keine genaueren Infos zu der Schneise. Aber man kann trotzdem hier drauf drücken. Denn der hat stattgefunden am 4. Juni 1913. Da hatten wir 13 Kilometer lange Schneise. Und an der breitesten Stelle war die Schneise 500 Meter breit. Also ein halber Kilometer. Was, wie gesagt, auch nicht gerade wenig ist. Und wir hatten auch keine, ja, Toten davon. Was auch schon mal natürlich gut ist. Aber auf jeden Fall hatten wir ja bei Horb am Neckar auch mal ein Tornado. Auch schon weit hinher. Auf jeden Fall über 100 Jahre schon. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tornado. Und zwar hier bei Großängstingen. Gehen wir einfach mal kurz rein. So. Der hat stattgefunden am 22. Juni 1845. Die Länge der Schneise war 9,5 Kilometer. Und die Breite der Schneise war an der breitesten Stelle 250 Meter. Und hier hatten wir auch 0, ja, Tote, ne. Was auch, wie gesagt, gut ist. Dann gehen wir mal zum nächsten Tornado. Denn auch hier hatten wir ein Tornado bei Rottum. Gehen wir einfach mal kurz rein. Der war nämlich, oder der hat stattgefunden am 16. Mai 1920. War ein ziemlich großer Tornado. Also nicht langlebiger Tornado. Also hier wird jetzt geschrieben, 5 Kilometer war die Länge der Schneise. Was halt nicht wirklich super lang ist. Aber natürlich trotzdem, auch da sieht man natürlich recht gut, auch kurzspurige Tornados können auch teilweise ziemlich stark ausfallen. Teilweise. Und hier hatten wir sieben Verletzte davon von dem Tornado. Aber auch hier keine Toten. Dann gehen wir einfach mal zum nächsten Tornado. Und zwar, welchen hatten wir noch nicht? Ich glaube, den hatten wir noch nicht hier oben. Der war hier in der Nähe von Plochingen. Gehen wir mal ganz kurz rein. So, der hat stattgefunden am 1. Juni 1913. Also auch 1913. Da hatten wir ja vorhin noch schon ein Tornado. Und die Länge der Schneise war, oder betrug, 19,6 Kilometer. Und wir hatten von dem Tornado 40 Verletzte. Dann gehen wir mal zum letzten Tornado, den wir auch hier in Baden-Württemberg haben. Und zwar war der hier bei Holzhausen. Also Nähe Holzhausen. Gehen wir aber mal kurz durch. Der hat stattgefunden am 3. August 1978. Also noch nicht allzu lange her. Und da haben wir auch noch ein paar Infos. Und zwar war die Länge der Schneise 15 Kilometer. Und die Breite der Schneise an der breitesten Stelle 150 Meter. Und wir hatten keine Toten zum Glück. Aber tatsächlich drei Verletzte von dem Tornado. Und der ist auch noch nicht allzu lange her. Also im Gegensatz zu anderen Tornados hier in der Liste ist der noch nicht allzu lange her. Aber auch schon weich hinher. Also in Holzhausen hatten wir auch schon mal einen Tornado. Dann kommen wir jetzt mal als nächstes zu Bayern. Und da gab es auch zwei Tornados, die hier auch gut eingezeichnet sind von der Schneise her. Ich würde sagen, wir gehen aber als erstes zu dem Tornado, den wir jetzt hier hatten bei Elbach. Oder Nähe Elbach. Oder Reut besser gesagt. Gehen wir aber mal kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 3. August 2000. Hier haben wir nicht wirklich viele Infos. Bis auf, dass die Länge der Schneise anscheinend 39 Kilometer war. Was auf jeden Fall nicht gerade wenig. Also 40 Kilometer muss ein Tornado auch erstmal hinlegen oder hinbekommen. Also 40 Kilometer ist schon echt ordentlich. Aber auch hier nicht mehr wirklich irgendwie große Infos noch oben drauf. So dann gehen wir mal zum nächsten Tornado. Und zwar hier bei Aischach oder Nähe Aischach. Der hat begonnen hier bei, wo ist das hier? Bei Vorritt ungefähr. Und ist dann weiter gezogen Richtung Gebenhofen. Dann weiter Richtung St. Georg. Auch weiter Richtung Aischach. Also hat anscheinend auch Aischach getroffen. Und hat sich dann hier ungefähr aufgelöst bei Allenberg. Und war auch ziemlich kräftig tatsächlich. Wie gesagt auch ein F3 an der Stelle. Gehen wir mal kurz rein. Der hat stattgefunden am 13. Mai 2015. Also auch noch nicht allzu lange her. Auch schon echt ein ordentlicher Tornadoanschein gewesen. Hier hatten wir ein F3. Und die Länge der Schneise hat betragen oder betrug 14,3 Kilometer. Und an der breitesten Stelle vom Tornado hatten wir 150 Meter. Auch hier haben wir nochmal eine Karte. Eine genauere Karte von dem Tornado hier eingezeichnet. Mit Schäden auch. Mit bestätigten Schäden. Und zwar haben wir hier ein Gebäudeschaden gehabt. Hier wird geschrieben jetzt Dach teilweise abgedeckt. Dachantenne herausgerissen und Satellitenschüssel umgeknickt. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Meldung. Und es war auch nochmal ein Gebäudeschaden. Auch hier Dach teilweise komplett abgedeckt und Dachstuhl zerstört. Dann haben wir hier auch nochmal ein paar Meldungen von den Häusern. Turm der Kapelle heruntergerissen. Dach komplett abgerissen und verfrachtet. Auch das schafft wirklich nur ein Tornado, der nicht gerade schwach ist. Dann gehen wir mal zum nächsten Tornado. Oder zur nächsten Meldung besser gesagt. Und zwar hier auch hatten wir ein Dach, was teilweise abgedeckt wurde. Auch hier gehe ich jetzt aber nicht auf das Krasseste ein. Hier haben wir auch nochmal ein paar Meldungen in Eichach. Hier hatten wir auch ein Dach, was teilweise abgedeckt wurde. Ich denke mal aber an der Stelle war der Tornado auch nicht mehr allzu heftig. Aber natürlich auch hier F3 Tornado. Was auch nicht gerade ein schwacher Tornado war an der Stelle. Ansonsten haben wir hier keine Infos über irgendwelche Verletzten. Oder Toten. Was auf jeden Fall natürlich auch hier ziemlich gut ist. So, wir gehen zum nächsten Tornado. Und zwar haben wir jetzt hier auch noch ein Tornado. Der entstanden ist dann hier ungefähr bei Mitterschmidtdorf und Unterschmidtdorf. Und ist dann einmal weitergezogen hier Richtung Egelsee und Unterröth. Und hat sich dann ungefähr auch hier bei Unterröth aufgelöst. Also ist dann auch hier langsam wieder schwächer geworden. Und hat sich dann eben hier aufgelöst. Und hier können wir natürlich auch mal ganz kurz reinschauen, was hier explizit geschrieben wird. Der hat stattgefunden am 14. Mai 1961. Hier hatten von dem Tornado fünf Verletzte. Knapp wahrscheinlich. Also kann höher sein, kann aber auch niedriger sein. Wie gesagt, hier die Daten aus diesen Jahren herauszufinden ist manchmal auch ein bisschen schwieriger. Also ungefähr fünf Verletzte kann man sich so denken. Dann hatten wir eine Länge, eine Schneisenlänge von 22 Kilometern. Und an der breitesten Stelle war die Schneise 500 Meter breit. Also auch wieder ein halber Kilometer. Nicht gerade, ja, kleiner Tornado. Und wie gesagt, dann halt eben von dem Tornado auch leider fünf Verletzte hier an der Stelle. Also auch hier ein Tornado. Und wir gehen mal weiter Richtung, ja, nördliches Bayern. Denn auch hier haben wir ein paar Tornados, die hier angezeigt werden. Und zwar hatten wir hier einen Tornado ungefähr bei Gräfenberg oder Nähe Gräfenberg. Und der hat stattgefunden am 8. Juni 1778. Also auch schon eine ganze Weile her. Hier haben wir jetzt keine Infos über die Schneise. Allerdings wird hier geschrieben, dass wir hier wahrscheinlich um die sieben Tote von dem Tornado hatten. Und knapp zehn, ja, Verletzte. Also auch hier leider kein guter Tornado gewesen. Also, was heißt kein guter Tornado? Also leider ein Tornado gewesen, der hier auch leider Tote gebracht hat. Was natürlich auch immer ziemlich schade ist. Aber ich glaube, das Video ist auch nochmal ganz gut, um zu beweisen, dass es auch in Deutschland hier schon immer Tornados gab. Und auch in Zukunft wahrscheinlich noch einige Tornados hier in Deutschland geben wird. So, und jetzt gehen wir mal weiter nach oben hier. Noch weiter nördlich. Und zwar hatten wir auch ein Tornado hier bei Glashütten. Gehen wir einmal kurz rein und gucken mal kurz durch. Denn hier hatten wir ein Tornado, der ungefähr stattgefunden hat am 3. Januar 1916. Die Länge der Schneise waren 85 Kilometer. Bis jetzt mit Abstand die längste Schneise von einem Tornado, die wir bisher hatten. Und die breiteste Stelle der Schneise war knapp 200 Meter breit. Wir hatten einen Toten und einen Verletzten. Und wie gesagt, gerade 85 Kilometer sind auch schon ordentlich. Also da, das muss ein Tornado auch erstmal zurücklegen. Aber auch hier natürlich, gerade hier die Daten herauszufinden aus so langer Zeit, also aus so langer Vergangenheit, ist manchmal ein bisschen schwieriger. Dann haben wir auch noch einen weiteren Tornado ein wenig weiter nördlich. Und zwar hier bei Melkendorf ungefähr. Und zwar hat der stattgefunden am 5. August 1928. Hier hatten wir ebenfalls, wie gesagt, einen F3. Und die Länge der Schneise war knapp 20 Kilometer lang. Und wir hatten einen Verletzten an der Stelle. Also auch hier in Melkendorf hatten wir mal ein Tornado. Und dann haben wir noch einen Tornado in Bayern gehabt. Und zwar hier bei, wo ist es ungefähr? Bei Schlockenau. Schlockenau, Schlockenau. Und zwar war der am 17. Juni 1927. Aber auch hier haben wir nicht wirklich mehr Infos als halt das Rating. Ansonsten gibt es hier keine genaueren Infos über den Tornado. Dann kommen wir als nächstes Mal, würde ich sagen, zu Rheinland-Pfalz. Und werden natürlich auch da mal kurz einen Blick drauf werfen. Denn hier hatten wir auch zwei F3-Tornados. Und zwar einen hier bei Platten. Der hat stattgefunden am 22. Juli 1910. Aber auch hier haben wir bis auf das Rating keine genaueren Infos. Leider über den Tornado. Wir haben aber noch einen weiteren, einen zweiten Tornado weiter nördlich in Rheinland-Pfalz. Und zwar einmal hier bei... Ach, es gibt einen Ort, der acht heißt das ja wild. Und St. Joost oder ja, St. Joost. Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal kurz rein. Der Tornado hat stattgefunden am 10. Juni 2003. Und da hatten wir eine Schneisenlänge von knapp 4 Kilometer. Und die längste oder die breiteste Stelle von dem Tornado war wahrscheinlich knapp 100 Meter. Wir hatten keine Toten, aber leider auch da einen Verletzten. Ansonsten gibt es auch hier nicht mehr wirklich viel Infos darüber. Das waren auch die einzigen beiden F3-Tornados, die wir bis jetzt hier zumindest angezeigt haben in Rheinland-Pfalz. Und von daher würde ich es auch sagen, gehen wir mal zum nächsten Bundesland. Und zwar einfach mal zu Hessen hier. Da haben wir nämlich knapp 1, 2, 3 Tornados. Oder 3 Tornados. 3 F3-Tornados, die hier angezeigt werden. Und zwar hatten wir hier ein Tornado bei Gnadental und Erbach. Gehen wir mal kurz rein, was wir hier für Infos haben. Der hat stattgefunden am 18. März 1897. Die Länge der Schneise war knapp 40 Kilometer lang. Und wir hatten eine Breite, eine maximale Breite der Schneise von 350 Metern. Und ein Toten auch leider von diesem Tornado. Aber auch hier haben wir nicht mehr wirklich viel Infos als jetzt genau das. Also am 18. März 1897 hatten wir auch hier ein F3-Tornado. Dann hatten wir aber auch noch einen weiteren Tornado. Einen weiteren F3-Tornado. Und zwar ein bisschen weiter hier nördlich. Ne, es waren 4 in Hessen. Entschuldigung, oder? Ja, 4. Es waren 4. Und zwar hatten wir auch einen bei Frankfurt am Main hier. Der hat stattgefunden am 6. Juli 1862. Also auch hier schon ein Weilchen her. Und hier haben wir auch leider zwei Tote damals von dem Tornado gehabt. Also auch hier gibt es Tornados, die auch tatsächlich Tote mit sich bringen können. Aber ansonsten gehen wir aber mal weiter. Und zwar zum nächsten Tornado. Und zwar hatten wir auch hier einen Tornado. Weiter nördlich bei Lumda ungefähr. Gehen wir aber mal kurz rein. Der hat stattgefunden am 23. August 2010. Also auch noch nicht allzu lange her. Die Länge der Schneise waren knapp 3,5 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise betrug ungefähr 150 Meter. Also auch hier jetzt nicht wirklich allzu heftig der Tornado. Und auch nicht allzu lang enthalten. Und auch jetzt kein wirklicher breiter Tornado. Also ein Wedge-Tornado. Das war es nicht unbedingt. Aber natürlich trotzdem hier, um das einmal kurz zu zeigen. Also auch hier hatten wir ein F3-Tornado. Und dann hatten wir noch einen weiteren F3-Tornado hier bei, wo ist es ungefähr, bei Gelserberg und Schönau. In der Nähe von Schönau. Und der hat stattgefunden am 25. August 1855. Aber auch hier haben wir bis auf das Rating keine genaueren Infos darüber. So, habe mir nochmal was zu trinken nachgeholt. So, gehen wir mal zum nächsten Bundesland. Denn das war es auch schon mit Hessen. Und zwar gehen wir weiter jetzt zu Thüringen hier. Und da hatten wir ganze 1, 2, 3, 4, 5 F3-Tornados ungefähr. Und da gehen wir natürlich auch mal kurz jetzt noch rein und schauen mal eben kurz, was wir hier so hatten. Und zwar gehen wir einfach mal hier los, oder legen wir einfach mal hier los mit dem Tornado. Hier bei, wo ist es ungefähr, bei Gommler. Nee, Gommler. Und schauen wir einfach mal kurz rein, was wir hier ungefähr hatten. Denn der Tornado hat stattgefunden am 24. April 1935. Und die ungefähre Länge der Schneise war wahrscheinlich 3 Kilometer ungefähr. Wie gesagt, da war auch das immer ein bisschen schwierig, weil auch schon ein Weilchen her. Aber wir können uns ungefähr denken, die Schneise war ungefähr 3 Kilometer lang. Aber auch hier haben wir nicht wirklich mehr Infos als das. Deshalb gehen wir mal zum nächsten Tornado. Und zwar hatten wir auch noch einen weiteren Tornado. Tornado hier bei Wünchendorf-Elster. Der hat sich entwickelt hier, oder ist entstanden hier, ungefähr bei Mildenfurt. Und hat sich dann hier ungefähr aufgelöst bei, ja, Wünchendorf-Elster. Ungefähr in dem Bereich hier. Und da legen wir einfach mal kurz los. Und da schauen wir natürlich auch mal kurz rein, wann der Tornado stattgefunden hat. Okay, der Tornado hat stattgefunden am 1. Mai 1779. Da hatten wir eine ungefähre Länge der Schneise von 3 Kilometer. Sieht man hier auch recht gut, weil es nicht wirklich ein allzu lang anhaltender Tornado. Aber natürlich auch 3 Kilometer können schon ausreichen, um jetzt irgendwie große Schäden mit sich zu bringen. Aber auch hier haben wir jetzt nicht mehr wirklich viele Infos obendrauf noch als das. Aber auch hier 1997, nee, 1979 hatten wir auch hier einen F3-Tornado. Dann haben wir nochmal einen weiteren F3-Tornado gehabt, der auch eine sehr komische Spur genommen hat. Und zwar hat er sich entwickelt hier ungefähr bei Möckern. Und ist dann hier, hat sich ungefähr aufgelöst dann hier bei Freie Republik. Und zwar hat der stattgefunden ungefähr am 1. Oktober 2006. Die Länge der Schneise war ungefähr 2 Kilometer. Das sieht man auch recht gut, weil es ist nicht wirklich ein super lang anhaltender Tornado hier. Und an der breitesten Stelle war der Tornado knapp 400 Meter breit. Das sieht man auch recht gut hier an der Stelle. Also das geht ja von hier bis nach hier. Das dürften dann ungefähr 400 Meter sein. Und dann hatten wir auch leider zwei Verletzte von dem Tornado. Also ansonsten auch ein ziemlich breiter Tornado, den wir hier hatten. Aber gut, auch hier haben wir jetzt nicht mehr wirklich viel mehr Infos obendrauf als das. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tornado. Und zwar hatten wir auch ein Tornado hier, ein F3 Tornado hier ungefähr bei Udleben. Schauen wir einfach mal eben kurz rein. Und zwar hat der stattgefunden am 31. Mai 1906. Aber auch hier haben wir nicht mehr wirklich viel Infos obendrauf als jetzt das. Deshalb gehen wir auch direkt mal zum nächsten und zum letzten Tornado hier in Thüringen. Und zwar hatten wir den ungefähr hier bei Birkenfelde. Da schauen wir natürlich auch mal kurz rein, was wir ungefähr hatten. Der hat auch am 31. Mai 1906 stattgefunden. Und auch hier haben wir nicht mehr wirklich viel Infos als jetzt halt das Rating. Also auch hier nicht mehr mehr bekannt über den Tornado leider als das. So, damit wäre es das auch mit Thüringen. Und deshalb gehen wir jetzt mal als nächstes weiter zu Sachsen. Da hatten wir ganze 1, 2, 3, 4, 5 Tornados ebenfalls. 5 F3 Tornados. Und wir starten einfach mal mit dem, den wir hier ungefähr bei Falkenhain hatten. Da hatten wir nämlich einen F3 Tornado. Und der hat stattgefunden ungefähr am 10. Juli 1916. Die Länge der Schneise waren knapp 3 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise waren ungefähr 40 Meter. Also auch hier jetzt nicht allzu langer oder allzu breiter Tornado. Aber trotzdem ein F3 Tornado gewesen. Also auch ziemlich stark hier. Aber ansonsten haben wir auch da nicht mehr wirklich viel Infos darüber. Und dann gehen wir mal als nächstes zum F3 Tornado, den wir hier bei Chemnitz hatten. Auch das ist natürlich ziemlich interessant. Und der hat stattgefunden am 27. Mai 1916. Und hier haben wir nur die Info, dass wir hier einen Verletzten hatten von dem Tornado. Ansonsten aber keine Toten oder ähnliches. Und auch hier kamen wir keine Infos leider über die Länge der Schneise oder Breite der Schneise. Aber ansonsten natürlich auch hier F3 Tornado und leider auch von dem Tornado einen Verletzten gehabt. Und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tornado. Und zwar hatten wir den hier bei Freiberg oder ungefähr bei Freiberg und Helsbach und Freiberg Ost. Und da schauen wir natürlich auch da nochmal ganz kurz rein. Denn hier hatten wir den Tornado am 24. August 1559. Also auch das ist wirklich schon ein ordentliches Äckchen zurück. Also 1559 ist schon ein Weilchen her. Aber auch hier haben wir logischerweise nicht mehr Infos darüber, als dass es ein F3 war. Ansonsten haben wir da leider keine genaueren Infos drüber über den Tornado. Wir gehen aber trotzdem mal weiter zum nächsten. Und zwar hatten wir auch hier einen Tornado bei Utte Walde. Und da schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 29. Juli 1933. Hier hatten wir leider vier Tote von dem Tornado. Was ziemlich ordentlich ist für deutsche Verhältnisse. Also vier Tote leider von dem Tornado. Und die Länge der Schneise betrug ungefähr 6 Kilometer. Also auch hier ziemlich langspuliger Tornado. Und wie gesagt leider halt auch vier Todesfälle durch den Tornado. Ziemlich blöd natürlich. Aber gut, du kannst es leider manchmal auch eben nicht verhindern. Habe ich ja vorhin schon angesprochen. Und dann kommen wir mal zum interessantesten Tornado hier in Sachsen. Und zwar einmal hier hat er gestartet ungefähr bei Roderweg. Ist dann einmal Richtung Kolmitz gezogen oder Kolmnitz. Und dann weiter Richtung Walder, Kleinteaming und Kleinteaming. Und hat sich dann ungefähr hier bei Nauendorf dann langsam aufgelöst. Und ist dann auch hier deutlich schwächer geworden. Und die breiteste Stelle der Schneise war hier ungefähr bei Bauder. Und wir schauen mal ganz kurz rein, was wir hier ungefähr hatten. Und zwar hatten wir hier den Tornado am 24. Mai 2010. Hier hatten wir ganze 38 Verletzte von dem Tornado. Leider auch ein Todesfall. Und die Länge der Schneise waren ungefähr 11 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise betrug knapp 350 Meter. Also auch hier ziemlich starker Tornado. Ziemlich kräftiger Tornado. Auch hier haben wir nochmal ein bisschen genauere Infos darüber. Was wir da jetzt für eine, ja Meldungen, für Meldungen hatten. Und zwar hatten wir hier eine Meldung aus Kolmes. Und hier wurde bestätigt, dass wir einige oder zahlreiche Gebäude mit Schäden hatten. Dann haben wir hier auch nochmal ein paar Meldungen bei Bauder. Und dort hatten wir auch zahlreiche Gebäude mit Schäden. Genauso wie hier nochmal einige Meldungen aus Kleinteaming. Auch hier haben wir Dächer abgedeckt. Dann hatten wir hier Dach teilweise komplett abgedeckt. Dann hatten wir hier Dach komplett abgedeckt. Also auch hier viele, viele Meldungen, die natürlich auch, ja eindeutig für Tornado sprechen. Oder für einen Tornado sprechen. Dann hatten wir hier auch nochmal weiter im betroffenen Bereich. Und da schauen wir natürlich auch mal kurz rein. Denn auch hier haben wir nochmal Meldungen von Dächern, die abgedeckt wurden. Und einige Meldungen, die hier natürlich auch nicht allzu gut sind. Haben wir nochmal einige Meldungen auch aus den Ortsteilen hier. Aber das würde jetzt zu ausschweichend werden, wenn ich jetzt hier alles genau durchgehen würde. Hier zum Beispiel wird auch noch dazu geschrieben, komplett zerstörte Papierfabrik. Drei Viertel des Schornsteins abgebrochen und nun abgerissen. Also auch da ordentliche Schäden, die anscheinend hier aufgekommen sind durch den Tornado. Also auch hier hatten wir einen Tornado bei großen Haien. Also auch ziemlich kräftig. Dann kommen wir auch zum letzten Tornado in Sachsen. Und zwar ist der in der Nähe von Leipzig entstanden. Oder ist aufgetreten in der Nähe von Leipzig. Und genau ist der entstanden hier ungefähr bei Devis und Taucher. Und der hat stattgefunden am 12. Mai 1912. Und dort hatten wir eine ungefähre Länge der Schneise von 42 Kilometer. Aber auch hier ist nicht wirklich mehr bekannt als jetzt das. NRW lasse ich noch außen vor. Da kommen wir zum Schluss zu. Weil das wird wahrscheinlich nochmal für einige interessant werden. Da sage ich jetzt noch nicht allzu viel zu. Wir gehen mal weiter zum nächsten Tornado oder zu dem nächsten Bundesland. Und zwar einmal hier zu Sachsen-Anhalt. Da hatten wir nämlich ganze 1, 2, 3 Tornados. F3 Tornados, die hier ungefähr aufgetreten sind. Und zwar beginnen wir einfach mal mit dem hier ganz unten. Und zwar ist der aufgetreten bei Minkwitz ungefähr. Und der hat stattgefunden am 29. Juli 1879. Die breiteste Stelle. Der Schneise waren knapp 80 Meter. Die Länge der Schneise ist bei dem Tornado tatsächlich gar nicht bekannt. Also 80 Meter auch nicht gerade wenig. Aber jetzt auch, ja würde ich sagen, Durchschnitt für einen Tornado. Also auch hier ein F3 Tornado in der Minkwitz. Dann hatten wir aber nochmal zwei interessante Tornados. Und zwar hatten wir ein F3 Tornado hier ungefähr bei Michelin. Der ist ungefähr bei Michelin entstanden. Und ist dann einmal weitergezogen hier über Michelin. Dann Richtung Trebbichau. Und dann hat er sich ungefähr aufgelöst hier in der Süßeke und Kleinsherbst. Und da gehen wir natürlich auch mal kurz durch, was wir hier ungefähr hatten für Meldungen. Der hat stattgefunden am 23. Juni 2004. Hatten wir keine Toten zum Glück, aber trotzdem sechs Verletzte. Die Länge der Schneise betrug knapp 8 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise waren knapp 200 Meter. Also auch hier jetzt nicht gerade ein schwacher Tornado. Jetzt aber auch nicht allzu heftig. Aber auch hier haben wir nochmal ein bisschen genauere Meldungen dazu. Da können wir natürlich auch da nochmal ganz kurz genauer reinschauen. Und zwar hatten wir hier eine Meldung. Auch hier hatten wir Dächer, die komplett abgedeckt wurden. Und ein Dachstuhl wurde komplett beschädigt. Dann hatten wir hier einen Anhänger, der komplett verfachtet und beschädigt wurde. Genau. Und generell einige Meldungen, die hier rausgekommen sind. Also hier wurde zum Beispiel ein Dach abgedeckt. Hatten wir hier ein Dach, was komplett abgedeckt wurde. Und Mauerwerk wurde beschädigt. Hatten wir hier nochmal weiter ein paar Meldungen. Wie gesagt, das würde aber wirklich allzu oder zu sehr ausschweifend werden, wenn ich da jetzt über alles drauf eingehen würde. Achso und hier gibt es nochmal eine Meldung, dass wir ab der Stelle hier ungefähr nicht dauerhaften Bodenkontakt mehr hatten. Aber trotzdem immer zwischendurch mal wieder Bodenkontakt hatten. Und dann mal wieder nicht. Und dann mal wieder. Soviel einmal zum dem Tornado. Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zum zweiten Tornado hier in Sachsen-Anhalt. Und zwar hat der stattgefunden ungefähr hier bei Priesteritz. Ne, Priesteritz. Und hat sich dann hier weiter bewegt Richtung Lutherstadt Wittenberg. Und hat sich dann ungefähr hier aufgelöst. Auch in der Nähe von Lutherstadt Wittenberg bei der Wittenberger Straße knapp. Und da gehen wir natürlich noch da nochmal ganz genau rein, was wir hier hatten. Und zwar ist der Tornado aufgetreten am 18. Januar 2007. Gerade ein F3-Tornado im Januar ist schon echt besonders auch, muss man tatsächlich sagen. Hier hatten wir drei Verletzte, aber keine Toten zum Glück. Und die Länge der Schneise war knapp 10 Kilometer. Also auch hier jetzt nicht wirklich allzu heftig. Aber trotzdem 10 Kilometer Länge der Schneise. Und dann hatten wir hier eine ungefähre Breite der Schneise von 500 Metern. Was natürlich auch nicht gerade wenig ist. Also auch hier wieder ein halber Kilometer ist nicht gerade schwach, was dann hier aufgetreten ist. Auch hier haben wir nochmal ein bisschen genauere Meldungen. Auch hier gehe ich jetzt nochmal ganz kurz das Ganze durch. So hatten wir eine Meldung von Gebäudeschäden. Und zwar wurden hier einige Siegel abgedeckt. Haben wir nochmal weitere Meldungen aus der Ortschaft. Und dann haben wir hier auch nochmal einige Meldungen. Ich gehe jetzt mal nicht direkt einfach durch hier. Das könnt ihr euch einfach mal selber hier durchlesen. Wie gesagt, aber die ganze Seite ist auch nochmal in den Beschreibungen oder in der Beschreibung, in der Videobeschreibung verlinkt. Hier hatten wir zum Beispiel auch einen Baum, der entwurzelt wurde. Wo der Tornado auch schon einiges an Power braucht, dass er sowas hinbekommt. Dann haben wir nochmal ein paar kleine Meldungen hier aus der Ortschaft. Hier wurde zum Beispiel ein Dach abgedeckt. Und ein Dachstuhl beschädigt. Beziehungsweise ist eingestürzt. Und Fenster beschädigt. Also auch hier nochmal Meldungen. Das ist auch das Wichtigste jetzt hier zu dem Tornado. Und wir gehen mal weiter wieder zurück zu unserer Tornado Archivseite. Und da wollen wir mal ganz kurz reinschauen, was wir hier noch für weitere Tornados hatten. Denn das war es soweit dann auch mit Sachsen-Anhalt hier. Und wir kommen als nächstes mal zu Berlin und Brandenburg. Beziehungsweise generell eher Brandenburg. Weil in Berlin hatten wir kein F3-Tornado bisher. Wir beginnen einfach mal mit dem Tornado, den wir hier hatten. Ungefähr bei Brachwitz. Und zwar ist der aufgetreten am 18. Januar 2007. Also gehört er noch zu der Reihe, den wir hier hatten. Oder die wir hier hatten. Mit dem Tornado, der auch hier ungefähr bei Lutherstadt Wittenberg aufgetreten ist. Und wir hatten davon durch den Tornado einen Verletzten und zum Glück keine Toten. Die ungefähre Länge der Schneise betrug 11 Kilometer. Und die breite, die breiteste Stelle der Schneise war knapp 500 Meter breit. Also im Grunde sogar noch ein stärkerer Tornado gewesen, als der, den wir hier bei Wittenberg hatten. Ziemlich kräftiger Tornado anscheinend gewesen hier. Also gerade am 18. Januar 2007 war schon anscheinend ordentlich was los. Und wie gesagt, es ist schon eine Seltenheit, dass wir solche F3-Tornados auch hier im Januar haben. Das passiert normalerweise, wie gesagt, dann eher so in den Frühling- und Sommermonaten ungefähr. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Und zwar dann hier ungefähr bei, wo ist das hier? Ungefähr bei Buko. Und der ist aufgetreten ungefähr am 4. August 1738. Wir haben aber bis auf das Rating auch hier nicht mehr genauere Infos über den Tornado. Aber in Buko hatten wir auch ein Tornado tatsächlich. Da haben wir nochmal einen weiteren F3-Tornado gehabt. Oder zwei sogar. Ein bei Zedenik. Der ist aufgetreten ungefähr am 1. August 1877. Die Länge der Schneise war ungefähr 5 Kilometer. Und wir hatten sechs Tote von dem Tornado tatsächlich. Und acht Verletzte. Natürlich auch hier wieder knapp. Also circa acht Verletzte und sechs Tote. Natürlich aber auch hier ziemlich kräftiger Tornado anscheinend gewesen. Und dann hatten wir noch einen weiteren F3-Tornado. Und zwar bei Hubble-Spring hier. Der ist aufgetreten am 27. März 1912. Aber auch hier haben wir keine genaueren Infos drüber. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Etwas weiter hier auch im Norden. Und zwar also im nördlichen Brandenburg meine ich natürlich. Und zwar ist der aufgetreten ungefähr hier bei Plattenburg oder Nähe Plattenburg. Und wir gehen einfach mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 25. Juli 1933. Die ungefähre Länge der Schneise betrug sieben Kilometer. Aber auch hier ist nicht wirklich mehr über den Tornado bekannt als das. So wir hatten aber auch nochmal einen interessanten Tornado. Und auch einen sehr langspurigen Tornado hier im südlichen Brandenburg. Und zwar ist der ungefähr entstanden hier bei Saathain. Und ist dann einmal hier Richtung Kala gezogen. Richtung Plessa auch noch. Und hat sie dann ungefähr hier ungefähr bei Bielen aufgelöst. Und das sieht so ein bisschen so aus wie so ein kleiner Parasit, der auch hier langgezogen ist. Aber ziemlich langanhaltender Tornado. Ziemlich langspuriger Tornado. Die ungefähre Länge der Schneise betrug 34 Kilometer. Und die ungefähre Breite der Schneise war knapp 500 Meter. Und wir hatten leider einen Verletzten auch durch den Tornado. Und der ist auch im Januar 2017 aufgetreten. Also auch hier ziemlich kräftig was anscheinend hier los war. Das war sogar auch der gleiche Tag als die ganzen Tornados hier anstanden sind am 18. Januar. Also anscheinend ein sehr interessanter Tag gewesen hier in Deutschland. Vielleicht kann man da auch mal ein eigenes Video drüber machen. Wenn ihr da Lust drauf habt. Und auch hier haben wir nochmal einzelne genauere Meldungen darüber. Auch hier zeige ich euch das Ganze jetzt einfach mal kurz hier. Und dann könnt ihr euch das wie gesagt nochmal selber in der Beschreibung anschauen. Und ansonsten könnt ihr euch das auch nochmal hier Pause drücken. Und dann nochmal ein bisschen genauer hier durchlesen. Also auch hier sind einige Dächer beschädigt worden. Oder Dächer teilweise abgedeckt worden. Also auch hier ein relativ starker F3 Tornado. Der hier anscheinend aufgetreten ist. Achso ich habe gerade herausgefunden. Dass am 18. Januar 2017 2017 der Orkan Kirill gewütet hat in Deutschland hier. Und dementsprechend sind dann einige starke Tornados durch den Orkan auch entstanden. Das habe ich gerade noch nicht gewusst. Also anscheinend auch da ziemlich heftig was da durch den Orkan los war. Aber wir kommen als nächstes mal weiter. Und zwar zu Mecklenburg-Vorpommern. Da schauen wir einfach mal kurz rein. Da hatten wir ganze, ja knapp drei. Wenn man den Tornado hier unten noch mitzieht. Vier F3 Tornados in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Tornado, den wir hier hatten. Ungefähr bei Spantekow. Und zwar ist der aufgetreten am 16. August 2001. Aber war auch hier nicht was super Besonderes. Also wir haben auch hier jetzt nicht wirklich genauere Infos darüber. Und dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado gehabt. Und zwar hier in Küstennähe bei Neu-Lüdershagen und Wendorf. Und da schauen wir aber mal ganz kurz rein. Denn der ist aufgetreten ungefähr am 29. Juni 1764. Und wir hatten durch den Tornado auch keine Verletzten. Aber auch hier ist nicht mehr vorhanden oder mehr bekannt von dem Tornado als das. Der interessanteste Tornado dürfte der hier bei Bützo sein. Der ist auch direkt einmal über Bützo gezogen. Und hat sich dann ungefähr hier bei Kasso aufgelöst. Und wir gehen einfach mal ganz kurz rein, was wir hier für Infos haben. Und zwar ist der aufgetreten ungefähr am 5. Mai 2015. Und die ganze oder die Schneise war an der breitesten Stelle ganze 1500 Meter breit. Also anderthalb Kilometer breit. Was wirklich echt ordentlich ist. Also das ist wirklich ein weiter Tornado anscheinend gewesen. Und der hat angehalten knapp 4,5 Kilometer. Also war jetzt auch nicht ein allzu lang anhaltender Tornado. Aber natürlich trotzdem ziemlich kräftig. Und wie gesagt, gerade die Breite der Schneise ist schon echt beachtlich. Also gerade für deutsche Verhältnisse ist das schon echt ordentlich. Wir hatten zum Glück keine Todesfälle. Aber trotzdem natürlich auch 30 Verletzte. Leider. Also auch ziemlich einige wurden durch diesen Tornado verletzt. Ziemlich heftiger Tornado anscheinend gewesen, der hier aufgetreten ist. Und auf jeden Fall bin ich mir auch ziemlich sicher ein Wedge Tornado gewesen. Also ein breiter Tornado. Es gibt ja auf YouTube sogar ein Video über den Tornado. Also hier kennt man recht gut den Tornado. War also ein ziemlich kräftiger Tornado. Ich meine, das sieht schon wirklich nach Amerika verhältnismäßig aus. Also das könnte wirklich auch glatt aus den USA stammen. Also ziemlich heftiger, ziemlich breiter Tornado auch gewesen. Ja, wie gesagt, im Begriff von Wedge Tornado. Einmal um das kurz auch nochmal hier zu zeigen. Wir haben auch nochmal einige Meldungen hier auf der Seite Interaktive Tornado Map. Und hier haben wir auch nochmal einige Meldungen. Zum Beispiel hier wurde ein Dach komplett zerstört. Dann haben wir hier nochmal generell ein paar weitere Meldungen. Wenige Ziegel abgedeckt. Zum Beispiel hier auch Dach teilweise abgedeckt. Dann haben wir nochmal generell ein paar Meldungen. Aber ansonsten haben wir nur Baummeldungen. Und hier hat sich der Tornado dann ungefähr aufgelöst. Obwohl hier steht auch, dass die offizielle Schneisenlänge nochmal weiter ist. Also nochmal zwei Kilometer länger, als das hier angezeigt wird. Und ich meine, gerade der Tornado wurde hier ziemlich breit dann auch an der Stelle. Ist dann aber auch ziemlich schnell wieder ein bisschen, ja, schmaler geworden, sag ich mal. Aber gerade an der Stelle war der knapp, ja, 1,5 Kilometer breit. Und das ist natürlich auch gerade für Bülzow-Verhältnisse oder generell für Deutschlandverhältnisse ziemlich krass gewesen. Und gerade Bülzow, dass die da auch nochmal einen vollen Treffer davon bekommen haben, ist natürlich auch ziemlich heftig. Also auch hier, um das einmal kurz zu zeigen, das ist dann soweit alles aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt als nächstes zu Schleswig-Holstein. Da hatten wir nämlich ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tornados. Also 6, äh, 3 Tornados hier. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Tornado hier ungefähr an. Der hier stattgefunden hat bei Groß Nordende. Und der hat stattgefunden am 10. August 1925. Die Länge der Schneise war knapp 9 Kilometer. Wir hatten leider auch einen Toten von dem Tornado und 13 Verletzte. Aber auch hier ist nicht mehr vorhanden oder mehr bekannt über den Tornado als das jetzt genau. Dann haben wir aber nochmal einen weiteren Tornado hier in Schleswig-Holstein. Und zwar ist der hier in der Nähe Bergtheide aufgetreten. Und der hat stattgefunden am 28. Juni 1920. Dort hatten wir eine knappe, äh, ja, Schneisenlänge von 5 Kilometern. Und hier aber auch keine Toten. Aber natürlich auch hier nicht wirklich mehr bekannt als es genau, äh, diese Infos, die ich euch jetzt gerade genannt habe. Ansonsten haben wir nochmal ein paar weitere Tornados hier. Und zwar je weiter wir jetzt auch nördlich gehen, desto mehr wird das Ganze auch. Und zwar hatten wir hier ein F3-Tornado ungefähr bei Aktehorst. Und wir gehen einfach mal ganz kurz rein. Und zwar hat der stattgefunden am 12. März 1195. Hier hatten wir aber auch nicht wirklich allzu viel Infos, bis auf, dass es eben ein F3-Tornado war, ne? Mehr auch nicht. Aber natürlich, wenn man, ja, bedenkt, dass der Tornado jetzt auch wirklich schon eine sehr lange Zeit her ist, dann ist es auch logisch, dass wir da jetzt nicht mehr Infos haben darüber als das. Wir haben aber noch einen weiteren F3-Tornado und zwar hier bei Brammer, nähe Brammer. Gehen wir mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 5. Mai 1973. Hier hatten wir eine ungefähre Länge der Schneise von 61 Kilometer. Leider einen Toten auch und knapp zehn Verletzte. Also auch da einiges los gewesen. Natürlich ziemlich tragisch, dass es auch hier zum Todesfall gekommen ist. Aber ansonsten ist auch hier nicht mehr bekannt als das. Aber natürlich auch hier nähe Brammer ein ziemlich kräftiger F3-Tornado auch gewesen vor ein paar Jährchen. Oder vor ein paar Jahrzehnten besser gesagt. Da hatten wir aber auch noch einen weiteren F3-Tornado. Und zwar einmal hier bei, wo ist das hier ungefähr, bei Frohe ungefähr. Und der hat stattgefunden am 18. Oktober 1971. Hier hatten wir eine knappe Schneisenlänge von 38 Kilometer, auch ziemlich lang. Und die breiteste Stelle des Tornados war knapp 300 Meter breit. Einen Toten hatten wir leider durch den Tornado und auch 13 Verletzte. Also auch ein ziemlich kräftiger Tornado hier in dem Bereich gewesen. So, dann kommen wir aber mal weiter. Und zwar hatten wir auch nochmal ganz im nördlichen Schleswig-Holstein ein F3-Tornado. Und zwar bei Glücksburg. Und da gehen wir natürlich da mal ganz kurz rein. Der hat stattgefunden am 17. Juli 1709. Die einzigste Info, die wir von dem Tornado haben, ist, dass die Schneise knapp 5 Kilometer lang war. Aber mehr ist auch über den Tornado nicht wirklich bekannt. Oh, jetzt ist einmal kurz ein Schluck dringend hier. So, Dieter Sachsen ist auch ein ordentlicher Hotspot an Tornados gewesen. Da kommen wir aber gleich ja zu. Jetzt erstmal kommen wir hier zu NRW. Da haben ja auch einige schon drauf gewartet. Und zwar haben wir da angenehme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, F3-Tornados gehabt. Und da starten wir einfach mal mit dem Tornado hier unten. Wobei der ist auch noch streng genommen zu Rheinland-Pfalz gehört. Aber ungefähr einer Grenze zu NRW war. Und zwar hat der ungefähr stattgefunden hier in Hamm. Und da gehen wir einfach mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 10. Januar 1936. Die breiteste Stelle der Schneise waren knapp 170 Meter. Und wir hatten aber auch zum Glück keine Toten von dem Tornado. Mehr ist aber auch hier nicht wirklich bekannt darüber. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tornado. Und zwar hatten wir auch hier ein Tornado ungefähr bei Köln. Oder in Köln sogar. Und der hat stattgefunden am 7. Oktober 1434. Also auch hier schon eine lange Zeit her. Mehr Infos sind tatsächlich darüber aber auch nicht wirklich bekannt. Aber es gab auch mal vor sehr, sehr langer Zeit ein F3-Tornado in Köln. Ist natürlich auch immer interessant zu wissen. Dann hatten wir aber auch noch einen weiteren Tornado hier. Sehr knapp an der Grenze zu den Niederlanden. Der Tornado hat ungefähr stattgefunden bei Elmt. Und stattgefunden hat der am 21. August 1889. Die Länge der Schneise war knapp 45 Kilometer. Was auch ziemlich langanhaltender Tornado ist. Also oder war besser gesagt ein ziemlich langanhaltender Tornado war hier in dem Bereich. Mehr Infos sind aber auch leider über den Tornado nicht wirklich bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado oder zwei weitere Tornados. Einer hier bei Solingen. Direkt bei Solingen. Und zwar hat der stattgefunden am 13. August 1832. Null Tote. Mehr ist aber auch darüber nicht wirklich bekannt hier. Bis auf das Rating. Und dann haben wir noch einen weiteren Tornado hier gehabt. Auch in der Nähe von Solingen. Aber mehr hier so Richtung Hesten. Und der hat stattgefunden am 14. August 1906. Die Länge der Schneise war knapp 15 Kilometer. Wir hatten einen Toten leider. Und knapp 25 Verletzte von dem Tornado. Was auch nicht gerade wenig ist. Aber ansonsten ist auch hier nicht mehr darüber bekannt als das. So gehen wir aber weiter zum nächsten Tornado. Denn wir hatten auch noch einen weiteren F3 Tornado. Hier bei Endorf im Sauerland knapp. Und da schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 7. August 1898. Mehr ist aber über den Tornado auch nicht wirklich bekannt. Und jetzt kommen wir zu den zwei interessantesten Tornados. Wo wir auch mehr Infos zu haben. Ich würde sagen wir starten einfach mal mit dem Tornado. Den wir hier hatten. Und zwar hat der sich entwickelt ungefähr hier. In der Nähe hier von Schmitzheide und Öd. Also irgendwo in dem Bereich dazwischen. Der ist dann einmal auch Richtung Reckenhöfe gezogen. Und hat sich dann ungefähr hier aufgelöst. In der Ortschaft von St. Tönis. Denn der Tornado hat stattgefunden am 18. Juli 2004. Der Tornado hat ein Rating von F3 logischerweise. Und die Länge der Schneise war knapp 5 Kilometer. Also jetzt nicht wirklich allzu heftig. Aber trotzdem 5 Kilometer. Und hier hatten wir einen verletzten Knapp. Also auch da ist nicht allzu heftiger Tornado gewesen. Dennoch aber natürlich ein F3 Tornado. Zwischen St. Tönis und Klempen hier. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen genauere Infos darüber. Und da schauen wir natürlich auch nochmal ganz kurz rein. Denn hier haben wir ein paar Meldungen direkt. Wo der Tornado sich entwickelt hat. Da hatten wir ein Dach was teilweise direkt abgedeckt wurde. Dann ist der Tornado weiter auch hier gezogen. In diese Richtung ungefähr. Hier hatten wir auch nochmal ein paar Meldungen. Auch hier Dach teilweise abgedeckt worden. Dann hatten wir hier auch noch ein weiteres Dach was teilweise abgedeckt wurde. Und hier haben wir generell nochmal ein paar weitere Meldungen. Ich gehe auch hier nochmal ein paar durch. Die könnt ihr euch gerne auch nochmal dann ein bisschen genauer hier am Rand durchlesen. Wenn ihr das machen wollt. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Tornado. Und zum letzten F3 Tornado auch hier in NRW. Und zwar ein ziemlich langer Spuri-Tornado. Der hat ungefähr hier angefangen bei Villershagen. Ist dann einmal weiter gezogen Richtung Eppelfeld und Daum. Dann weiter Richtung Weiße Ahr und Friedrichsthal. Langebäcke, Köppinghausen, Holthausen. Und hat sich dann ungefähr hier aufgelöst. In der Nähe vom Lande Merta Weg. Und da gehen wir mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 17. Juni 1931. Wir hatten durch den Tornado ganze 80 Verletzte. Was auch ziemlich heftig ist. Also einiges was da anscheinend los gewesen ist. Wir hatten 4 Tote leider auch durch den Tornado. Und die knappe Länge des Tornados waren 15 Kilometer. Also auch hier langanhaltender Tornado gewesen. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Denn auch hier haben wir nochmal ein bisschen genauere Infos darüber. Und zwar hatten wir hier ein Hallendach samt Dachstuhl. Oder was samt Dachstuhl abgedeckt wurde. Und fortgetragen wurde. Und dann haben wir hier generell nochmal ein paar weitere Meldungen durch diesen Tornado gehabt hier. Ich gehe auch das nochmal ganz kurz hier durch. Dann könnt ihr euch das am Rand auch nochmal ein bisschen genauer hier durchlesen. Wir kommen aber trotzdem jetzt mal zum nächsten Bundesland. Und zwar auch zum mit Abstand F3 lastigsten Bundesland. Und zwar Niedersachsen. Und zwar hatten wir hier ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Habe ich die schon mit hier eingezählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten wir knapp 20 F3 Tornados im Niedersachsen an sich. Was ziemlich, ziemlich viel ist. Und da fangen wir einfach mal an. Dann jetzt hier unten würde ich sagen ungefähr bei Göttingen oder Nähe Göttingen. Und zwar hier genauer gesagt bei Sudershausen. Der hat stattgefunden am 4. Mai 1952. Hier hatten wir eine knappe Länge der Schneise von 13 Kilometern. Und tatsächlich leider einen Verletzten auch durch den Tornado. Mehr ist darüber aber nicht wirklich bekannt. Dann hatten wir noch einen weiteren Tornado hier bei der Gegentalstraße. Gehen wir aber mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 4. Mai 1952. Hier hatten wir eine knappe Länge der Schneise von 16 Kilometern. Und eine Breite der Schneise an der breitesten Stelle von 400 Metern. Dann gehen wir aber mal zum nächsten F3 Tornado hier in Niedersachsen. Und zwar einfach mal zu dem Tornado, den wir hier hatten an der Grenze zu NRW. Und zwar hat der stattgefunden in der Nähe von Eversen. Da hatten wir auch einen EF3 Tornado. Und zwar hat der stattgefunden am 15. September 1964. Die ungefähre Länge der Schneise betrug hier 25 Kilometer. Und die Länge oder die Breite der Schneise an der breitesten Stelle betrug 200 Meter. Wir hatten leider durch den Tornado einen Todesfall. Und tatsächlich auch knapp ganze 20 Verletzte. Der letzte, was auch nicht gerade wenig ist, als auch hier ein ziemlich kräftiger Tornado in Niedersachsen gewesen. Da würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Tornado. Und zwar hat der ziemlich in der Nähe von Hannover stattgefunden. Genauer gesagt dann hier bei Großbuchholz. Gehen wir aber mal ganz kurz rein. Der hat stattgefunden am 17. September 1830. Und die knappe Länge, die ungefähre Länge der Schneise betrug 45 Kilometer. Mehr ist über den Tornado auch nicht bekannt. Aber anscheinend, so was man hier jetzt liet und liest, ein sehr lang anhaltender Tornado gewesen. Und ein sehr langspuriger Tornado, besser gesagt. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Und zwar hier in der Nähe bei Hellendorf gehabt. Gehen wir aber mal ganz kurz rein. Der hat stattgefunden am 16. September 1964. Die knappe Länge der Schneise betrug 1 Kilometer. Also nicht gerade wirklich viel. Und die breiteste Schnelle der Schneise waren knapp 200 Meter. Also auch hier jetzt nicht wirklich super viel. Aber trotzdem 200 Meter musste auch erstmal reichen. Vor allem, wenn der Tornado nur so kurz anhaltend war. Oder kurzlebig war. Aber natürlich trotzdem 200 Meter sind es jetzt auch nicht gerade wenig. Mehr ist über den Tornado aber auch nicht wirklich bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado gehabt. Hier in der Nähe von Chessinghausen. Und zwar hat der stattgefunden am 16. September 1964. September ist jetzt eigentlich auch nicht so die Zeit im Jahr, wo jetzt wirklich so starke Tornados vorkommen. Aber es kann passieren. Ich denke mal auch hier hat es dann irgendwie mit Wind auf Wind bezogen gewesen. Dann der Tornado hier. Da hatten wir eine Breite der Schneise an der breitesten Stelle von 200 Metern. Mehr ist aber auch nicht wirklich über den Tornado bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Einen weiteren F3 Tornado hier gehabt. Bei Graffeld und Berge. Der hat stattgefunden am 4. Dezember 1954. Ich denke auch hier hat das Ganze mit Wind zu tun gehabt. Also auch gerade Dezember ist etwas unbekannt für F3 Tornados. Aber es kann passieren. Es kann passieren. Hier hatten wir ein F3 Tornado. Mehr ist darüber aber auch nicht wirklich bekannt. Haben wir noch einen weiteren F3 Tornado. Und zwar hier bei Lingen. Der hat stattgefunden am 1. Juni 1927. Die knappe Länge der Schneise war knapp 600 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise betrug knapp 100 Meter. Also auch nicht gerade wenig. Aber auch nicht wirklich viel. Wir hatten tatsächlich leider einen Todesfall durch den Tornado. Und 17 Verletzte. Also auch ein ziemlich kräftiger Tornado. Der hier bei Lingen aufgetreten ist. Also schon ein Weichen her auf jeden Fall. Haben wir noch einen weiteren F3 Tornado hier gehabt. Bei Neuenhaus und Esche. Gehen wir aber mal ganz kurz rein. Denn der hat stattgefunden am 1. Juni 1927. Aber auch hier haben wir bis auf das Rating nicht mehr Infos als das. Dann haben wir noch mal weitere Tornados. Weitere F3 Tornados. Und zwar hatten wir hier ein F3 Tornado bei Esther Wegen. Der hat stattgefunden am 5. Juli 1890. Die Länge der Schneise betrug knapp 24 Kilometer. Und die Breite der Schneise war knapp 100 Meter breit. Und wir hatten tatsächlich drei Verletzte durch den Tornado. Aber auch hier sind nicht wirklich mehr Infos vorhanden als das für den Tornado. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Weiteren F3 hier gehabt bei Ocholt oder Ocholt. Der hat stattgefunden am 4. Juni 1910. Und bis auf das Rating ist auch hier von dem Tornado nicht wirklich mehr bekannt. Bis auf das Datum natürlich dann auch. Dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado hier in der Nähe von Oldenburg gehabt. Und Hans Mühlen besser gesagt. Der hat stattgefunden am 8. Juni 1885. Wir hatten durch den Tornado keine Verletzten und auch keine Todesfälle. Was natürlich sehr gut ist. Es ist zumindest hier jetzt nicht aufgezeichnet. Aber natürlich um das einmal kurz hier anzusprechen. Auch hier in der Oldenburg hatten wir auch schon einen F3 Tornado. Dann hatten wir noch einen weiteren F3 Tornado. Und zwar hier in der Nähe bei Kielburg. Der hat stattgefunden am 3. Juli 1920. Auch hier hatten wir keine Todesfälle und auch keine Verletzten. Auch natürlich ziemlich gut. Bis auf das Rating und das Datum ist aber auch hier nicht wirklich mehr über den Tornado bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado. Es endet einfach nicht. Und zwar hatten wir den ungefähr bei Hart-Waderwurp. Der hat stattgefunden am 5. Juli 1890. Die Schneise, die ungefähre Schneisenlänge betrug 47 Kilometer. Und die breiteste Stelle der Schneise war knapp 100 Meter breit. Wir hatten null Todesfälle durch den Tornado. Aber leider auch zwei Verletzte. Mehr ist über den Tornado aber auch nicht bekannt. Aber auch hier bei Rotenkirch-Wurp. Was war das? Rotenkirchen. Hatten wir auch mal einen F3 Tornado. Auch wenn der schon ein Weichen her ist. Dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado. Und zwar hier bei Willstädt gehabt. Oder Mühle. Willstädter Mühle. Der hat stattgefunden am 5. Oktober 1903. Auch hier haben wir keine Verletzten oder keine Todesfälle gehabt. Mehr ist aber auch nicht wirklich über den Tornado hier bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado oder weitere F3 Tornados gehabt. Hier in der Nähe bei dem Marienflieger-Stützpunkt Nordholz. Und der hat stattgefunden am 21. August 1988. Und die breiteste Schneisestelle war ungefähr 10 Meter. Was jetzt nicht gerade viel ist. Aber natürlich trotzdem ein etwas stärker Tornado anscheinend gewesen. Wobei man sich da denke ich mal wirklich drüber streiten kann. Ob das jetzt wirklich ein F3 gewesen ist. Oder ob das jetzt irgendwie einen anderen Hintergrund hatte. Vielleicht einfach nur eine starke Windböe oder so. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Ganz in der Nähe. Und zwar hier in der Cuxhaven. Der hat stattgefunden am 26. Juni 1756. Aber auch hier ist bis auf das Rating und das Datum nicht wirklich mehr über den Tornado bekannt. Dann haben wir noch einen weiteren Tornado gehabt. Einen weiteren F3 Tornado. Und zwar hier bei Lüdingen-Wort. Der hat stattgefunden am 5. August 1889. Aber auch hier haben wir bis auf das Rating und den Tornado keine oder das Datum. Nicht besonders mehr Infos. Ich wollte ein Foto machen. Hast du ein schönes Foto? Ja, habe ich. Also, einige schöne Fotos. So, wir kommen auch langsam zum Ende. Und zwar hatten wir auch einen weiteren F3 Tornado hier bei Elsdorf. Da gehen wir natürlich auch nochmal ganz kurz rein. Und zwar hat der stattgefunden am 24. Mai 1929. Aber auch hier ist nicht wirklich viel über den Tornado bekannt. Bis auf das Rating eben. Dann haben wir noch einen weiteren F3 Tornado gehabt. Hier an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern dürfte es sein. Und zwar hat der stattgefunden hier in der Nähe von Horst und Barförde. Und der hat stattgefunden am 29. Juni 1857. Und von dem Tornado hatten wir leider zwei Todesfälle. Also auch hier ein ziemlich kräftiger Tornado anscheinend gewesen. Aber auch mehr ist über den Tornado nicht wirklich bekannt. Und dann haben wir noch einen weiteren Tornado. Bis wir zu unseren letzten zwei Tornados für heute kommen. Und zwar hatten wir noch einen Tornado hier bei Betzendorf. Der hat stattgefunden am 1. Januar 1985. Es ist aber auch nicht wirklich viel über den Tornado bekannt. Bis auf das Datum und halt das Rating. Jetzt kommen wir noch zu unseren letzten beiden interessanten Tornados. Und zwar einer hier, der stattgefunden hat. Hier in diesem Streifen. In diesem ganzen Streifen hier. Der hat sich entwickelt ungefähr bei Ostenholz. Und ist dann einmal hier Richtung Fassberg gezogen. Und hat sich dann auch ungefähr hier bei Fassberg aufgelöst. Und wir gehen da mal ganz kurz rauf. Denn der hat stattgefunden am 5. Juni 1935. Die knappe Länge des Tornados betrug 36 Kilometer. Und die breiteste Stelle des Tornados waren knapp 50 Meter. Ist also nicht wirklich super viel. Wir hatten zum Glück von dem Tornado keine Toten. Aber auch hier haben wir nicht wirklich viel mehr Infos. Bis auf eben, dass die Schneise hier halt auch eingezeichnet wurde. Und dann haben wir noch den letzten F3 Tornado für heute. Und zwar hat der hier angefangen bei Hude in Oldenburg. Und ist dann einmal hier so weiter gezogen Richtung Friedrichsdorf. Und hat sich dann auch ungefähr hier in dem Bereich aufgelöst. Gucken wir natürlich hier nochmal ganz kurz rein. Denn der Tornado hat stattgefunden am 11. Juli 1951. Die ungefähre Länge der Schneise betrug 52 Kilometer. Ziemlich lang anhaltender Tornado. Also dementsprechend natürlich dann auch. Die breite Stelle in der Schneise war knapp 150 Meter. Also auch hier nicht allzu breite Schneise gewesen. Also wahrscheinlich auch jetzt nicht allzu breiter Tornado gewesen. Dennoch ein F3. Und auch ziemlich lang anhaltender Tornado gewesen. Zumindest was wir jetzt hier so an Infos haben. So es waren tatsächlich jetzt auch alle F3 Tornados bisher in Deutschland. Also einiges da wirklich los. Das war es soweit auf jeden Fall auch von diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe ihr habt bis hierhin geguckt. Wenn ja dann seid ihr auf jeden Fall absolut krasse Ehrenmänner. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Auf jeden Fall lasst gerne mal ein Like da. Drückt die Glocke an und abonniert. Um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Einschalten. Und wir sehen uns oder hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dann bleibt der Geschweig. Haut rein und ciao.